Servus liebe Filmfreunde Willkommen bei Servus liebe Filmfreunde Stop 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 Servus liebe Filmfreunde Willkommen bei Cinemanuel Wie kommen zu Cinemanuel aus Liebe zum Film Und jetzt alle zusammen Servus liebe Filmfreunde Willkommen bei Cinemanuel Ihr wisst Bescheid. Und somit können wir auch direkt einsteigen in die Blu-Ray-Vorbesteller-Tipps. Heute am Mittwoch mal wieder, weil sich da so einiges zusammengetragen hat und das zu viel wird für das Wochenende. Wir befinden uns bei ZAVI und zwar haben wir hier das Forrest Gump 4K Ultra HD ZAVI-exklusive Steelbook in Anführungsstrichen. Aber können hier einen Blick drauf werfen, was uns denn alles erwartet, falls wir uns das Ganze ins Haus holen möchten. Wir haben hier die Vorderseite, dann haben wir hier die Rückseite abgebildet und dann auch noch den Innendruck. Aber das Ganze erscheint nicht nur bei ZAVI, sondern auch in den Nachbarländern bei uns, zum Beispiel in Spanien. Hier sehen wir, dass der Schriftzug auch gleich ist. Tom Hanks ist Forrest Gump. Allerdings haben wir hier den Aufdruck 4K Ultra HD. Ob das Ganze jetzt wirklich drauf geprintet ist oder nicht, wird sich letzten Endes herausstellen. Wäre natürlich sehr doof. Aufgefallen ist mir, dass es das Steelbook auch in Italien geben wird. Und da haben wir eben nicht Tom Hanks ist, sondern Tom Hanks äh. Äh, also von daher, alles cool. Überall müsste eigentlich deutscher Ton mit an Bord sein. Hier haben wir nichts draufstehen. Schauen wir mal, was wir hier draufstehen haben. Universal, hier Alemann 5.1. Eigentlich, eigentlich müssten die das gleich sein. Man weiß es nicht. Wir bekommen es aber auch hierzulande in Deutschland. Allerdings haben wir noch kein Cover. Das folgt in Kürze. Es dürfte aber ungefähr dem hier entsprechen mit Forrest Gump ist. Wann kommt es bei uns in Deutschland raus? Steht leider hier noch nicht dran. Aber ich tippe mal, dass es sich in dem Rahmen bewegen wird, wie das in unseren Nachbarländern angekündigt wurde. Und zwar so Mitte, Ende August. Dann haben wir noch was bei Zavi. Und zwar der Soldat James Ryan. Auch hier können wir draufklicken. Auch da erscheint das Ganze in 4K Ultra HD. Obolla, da habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt haben wir die Vorderseite. Dann haben wir die Rückseite. Eher mau, muss man sagen. Hier haben wir dann noch den Innenprint. Der sieht richtig cool aus. Der gefällt mir. Wann erscheint das? Auch Mitte, Ende August. Auch bei Zavi. Und auch bei unseren Nachbarsländern wird das Ganze rauskommen. Unter anderem in Bella, Italia. Und hier gucken wir mal, ob wir den Hinweis haben an Tonspuren. Leider nichts. Dann schauen wir noch mal hier drauf. Wo sind wir denn hier? Auch wieder in Spanien. Da kommt es ebenfalls raus. Und auch hier haben wir Tonspuren. Alle Mann 5.1. Also auch das müsste gleich sein. Man sieht es aber preislich schon ein bisschen unterschiedlich. 32,99 Euro. 26,99 Euro. Plus 3,99 Euro. Versand. Also so knapp über 30 Euro. Damit kommt man letzten Endes ein bisschen günstiger weg, als wenn man sich das in Deutschland zum Beispiel holt. Also für Sparfüchse vielleicht interessant. Auch da kommen wir in den Genuss eines Soldat James Ryan Steelbooks in 4K Ultra HD. Unter anderem bei Mediemarkt in Saturn. Aber auch hier gibt es leider noch keinen Hinweis. Auf das Cover müsste aber den anderen entsprechen. Aber hier haben wir zum Beispiel 16.9. Habe ich das vorhin übersehen? Nein, hier stand wirklich nichts dran. Okay. Also das erscheint dann ein bisschen später bei uns in deutscher Lande. Dann haben wir noch Harry Potter und der Stein der Weisen. Das habe ich euch ja gesagt. Das wird bei uns auch erscheinen. 4K Ultra HD mit diesem Magic Movie Mode und so weiter und so fort. Hier haben wir endlich mal im Nachbarland Italien einen Hinweis, wie auch die Rückseite aussieht und der Innenprint. Also ich finde es eine richtig tolle, schicke Geschichte. 32,14 Euro plus 3,99 Euro werden hier fällig für alle Interessenten. Bei uns in Deutschland hat man leider das Cover-Motiv noch nicht geupdatet. Aber Blu-ray-Desk hat uns da ja zumindest die Vorderseite schon mal abgeprintet gehabt. Und an sich ein sehr schönes Steelbook, wie ich finde. Und der Preis 36,99 Euro. 4K Ultra HD plus neues Material und neuen Modus und so geht noch. Klar, vielleicht wartet man da ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es so mega schnell ausverkauft sein wird. Kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Zumal man ja auch noch die Alternativen über die Nachbarländer hat. Dann haben wir hier noch IMDb-Liste Nr. 1. The Shawshank Redemption mit Tim Robbins und Morgan Freeman. Die Verurteilten auf Deutsch. Das kann man sich bei CD bestellen für 31,49 Euro. Unter anderem hier die italienische Version. Ich zeige euch die hier nur alternativ, weil wir die auch in Deutschland bekommen. Aber auch hier haben wir leider noch kein Cover und noch kein Hinweis, wann das Ganze bei uns erscheint. Nur damit ihr das Ganze mal auf dem Schirm habt. Und dann auch so ungefähr ein Bild davon habt, wie das Ganze aussehen wird. Höchstwahrscheinlich werden wir das hier übernehmen. Dann sind wir hier in Italien. Hier haben wir nämlich noch die Goonies. Das habe ich euch ja auch schon mal im Vorfeld präsentiert. Hier hat man weitere tolle Fotos jetzt zu diesem Release. Das ist ein Teil der Titans of Cult Reihe. Die sieht ja richtig geil aus. Da gibt es auch immer geile Gimmicks mit dazu, wie zum einen diesen Klarsichtschuber, sage ich dazu. Aber auch ein tolles Dealbook. Jetzt haben wir hier auch noch ein Poster und dann so ein weiteres Gimmick dazu, was zum Film passt. Also das finde ich immer klasse bei dieser Reihe. Wir haben 34,90 Euro plus 3,99 Euro versandt. Viele dieser Teile sind auch bei uns erschienen, waren aber ruckzuck ausverkauft. War immer so Mediamarkt exklusiv. Ich glaube, ich war hier vorhin dran, um zu gucken, ob es deutschen Ton hat. Da steht leider nichts dran. Wir sehen nur, was hier alles mit drin ist. Und hier können wir sehen, dass es bei Amazon Italien auch noch Space Jam gibt. Der war ja bei uns ruckzuck weg. Aber für alle, die sich interessieren, gibt es hier noch Space Jam. Da kann man sich über Italien eben importieren. 34,99 Euro ebenfalls in dieser Titans of Cult Reihe. Dann haben wir noch angekündigt, in Italien ein Steelbook zu Conjuring 4K Ultra HD. Ob wir in Deutschland auch eins bekommen, müssen wir mal ein bisschen abwarten. Zumindest haben wir hier im Ausland die Möglichkeit, die Reihe weiterhin im Steelbook zu sammeln. Ihr wisst es, ich bin Fan dieses Conjuring Universums. Wobei mir die Hauptfilme am besten gefallen. Annabelle und so ging noch. Aber mit den anderen Teilen, V'Nan und Alarjoronas Fluch, wurde es dann immer weniger und schlechter von der Qualität. Nichtsdestotrotz sind es trotzdem super spannende, gruselige Horrorfilme. Aber wie gesagt, die Hauptreihe, die gefällt mir am besten. Und ich sammle die komplette Reihe im Steelbook. Und bin froh, dass hier zumindest über das Ausland schon mal eine Alternative angeboten wird. Das Datum müsste noch ein Platzhalter sein. So, dann haben wir noch The Riffs angekündigt in Deutschland. Jetzt sind wir dann endlich bei uns in der Heimat angelangt. Aber so ein Ausflug in die Nachbarländer, jetzt vor allem während der Urlaubszeit, ist doch auch nicht schlecht, habe ich mir gedacht. Wir haben The Riffs 1 bis 3, die Trilogie im wartierten Mediabook ab dem 28. Juli, Ende des Monats, ist gar nicht mehr so lange hin, für 76, 71. Das sind ja auch so italienische Streifen, aber über ein dystopisches Amerika hier mit den Gangs von New York, Manhattan und Brooklyn, der Bronx und was weiß ich nicht alles. Schön, diese gezeichneten Motive gefallen mir sehr gut. Und hier kommt eben die Trilogie raus, Ende des Monats. Dann haben wir noch From Paris with a Love. Das gab es, glaube ich, zuerst angekündigt als Mediadealer exklusiv, jetzt aber doch bei Amazon. Aber vielleicht habe ich das vertauscht, denn es erscheint wieder von Hansi Sound. Und da gibt es ja ein paar Filme, die Mediadealer exklusiv sind. Aber ich glaube, bei Prez Media hatten wir das Ganze auch schon. Zumindest hier haben wir die Möglichkeit, uns das Ganze auch über Amazon zu bestellen. Allerdings muss ich sagen, 40,12 Euro ist schon fast jenseits von Gut und Böse. Genauso, auch wenn hier die Cover-Motive richtig schick aussehen. Ich habe ja gesagt, dieser Zeichenstil gefällt mir eigentlich sehr gut. Bei Mel Brooks und so fand ich das eher unpassend. Aber hier von Paris with a Love sieht wieder atemberaubend gut aus vom Motiv her und von der Zeichnung. Das muss man natürlich auch ganz klar so sagen. Und hier haben wir dann noch das typische Filmplakat ab 30. Juli verfügbar. Dann haben wir noch Anatomie angekündigt und zwar von Just Bridge Entertainment. Die bringen das Ganze in einen Double Feature raus. Teil 1 und Teil 2. Zum einen im Mediabook. Das ist ja ein deutscher Film, unter anderem mit Franca Potento von Lauda Italien. Bella Italia. Gratulation nochmal zum Europameisterschaftstitel. Franca Potente haben wir hier. Benno Führmann und so weiter und so fort. Richtig toller Film für deutsche Verhältnisse über eine Frau eben, die Leichen seziert. Und dann eines Tages liegt eine Leiche vor ihr, die sie zu sezieren hat, die sie zuvor noch gesehen hat. Sie möchte dann rausfinden, wie das Ganze zustande gekommen ist und stellt dann eigene Nachforschungen an und kommt da einiges auf die Schliche. Fand ich seinerzeit super spannend und auch sehr zeigefreudig für deutsche Verhältnisse. Hier haben wir den Hinweis, dass das Ganze auch noch als DVD Double Feature erscheint und relativ günstiger 12,99. Ich finde, eigentlich reichen die DVDs. Man muss es nicht unbedingt im Mediabook haben, aber wenn sich sowas schon mal zumindest mit Teil 1 und 2 anbietet, für 22,99 Euro, ist das doch bestimmt für den einen oder anderen interessant. Und zu guter Letzt haben wir dann noch eine Standard-MRA und zwar den Film Battled. Battled unter anderem mit Stephen Dorf erscheint Ende des Monats. Da haben wir auch schon wieder so einen Boxfilm, MMA-Film. Stephen Dorf ist da eben so jemand, der da so Kämpfe macht und er kriegt eines Tages einen Sohn, der aber leider behindert ist und reißt dann aus, will seine Karriere fortsetzen und sich nicht um diesen Sohn kümmern. Hat aber noch einen älteren Sohn, der dann sozusagen die Vaterschaft, Patenschaft übernimmt und der dann irgendwann selber beschließt, in den Ring zu steigen. Und so kommt es dann irgendwann zum Duell Vater gegen Sohn. Finde ich jetzt nicht unspannend von der Story her und deswegen wollte ich das Ganze mal mit reinnehmen. Hier habe ich noch Anatomie gehabt, so wird das Ganze aussehen. Ja, also das Mediabook nochmal nachgereicht, da bin ich ein bisschen verrutscht, aber ich denke, ihr könnt jetzt hier nochmal alles gut sehen. Dann haben wir noch ein paar Angebote, unter anderem bei Mediabooks, wie zum Beispiel Brahms, The Boy 2 4K Ultra HD Mediabook von Cape Light Pictures für 15,97 Euro. Also da kann man absolut nicht meckern. Parasite wurde auch stark vergünstigt bei Amazon für 20,97 Euro. Ihr findet Reviews und Unboxings zu diesen beiden Mediabooks und Filmen auf meinem Kanal. Außerdem haben wir Jackie Chan, Spion, wie der Willen, 15,97 Euro. Nur noch, man sieht es, das habe ich im Dezember gekauft. Da gab es auch so eine Mediabook-Aktion. Dann haben wir noch Johnny Handsome, der schöne Johnny, mit Mickey Rook und Morgan Freeman. Ziemlich cooler Film, wie ich finde. Und Preis ist jetzt eigentlich auch ganz nice. Genauso wie für Jacob's Ladder in der Gewalt des Jenseits, unter anderem mit Tim Robbins. Dann haben wir noch zwei Stephen King-Filme im Mediabook vergünstigt, exklusiv bei Amazon eigentlich. Ihr seht es, das Ganze habe ich mir gestern gekauft. Also sozusagen werdet ihr schon gespoilert von meinen Updates dieser Woche. Und zu guter Letzt haben wir auch noch The Banishing. Er ist kürzlich erschienen im Mediabook, jetzt schon um 10 Euro vergünstigt für 19,97 Euro. Und damit soll es das gewesen sein von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine Freunde. Bleibt gesund und Servus. Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Miltkau, MovieLoo, Jackie Strange, Juggle09, Der Filmflow, Stanlis Filmzimmer, Jürgen B. 1969, Ronny Kaiser, MovieRiese und Nightmare Production.